Was ist der heutige Abschlussmetzer? Frankfurt gegen Celtic Holy shit So, ja, Celtic und Ajax sind jetzt die 2-0er Fertig Tori Hä? Tori No problemt Ja, Celtic schockiert mich eigentlich Muss ich da ehrlich sagen Mich schockierst du das ganze Turnier, ehrlich? Ja, das auch Ich glaub du traust mir den Titel einfach nicht zu Wieso? Und du müsst mir jetzt helfen Du, genau, ich such mir dann eine Mannschaft aus, die trage ich dann ins Finale Von deinen Ja, diesmal stimme ich Chancen nicht so schlecht, dass vielleicht ein Finale mal nur von meiner Mannschaft zu starten Diesmal stimme ich Chancen nicht schlecht, dass er mal ein Viertelfinale Muss ich sagen, aber ich vergönne dir am Finale nur mit deinen Mannschaften mal Das vergönne ich dir Aber ich möchte zumindest so weit mit einer von meiner Mannschaften kommen Was sich zumindest im Halbfinale ausschaut jetzt Fuck Dann geht's, dass wir den Ohr umrängst jetzt, Leute Und so geht ja noch keiner Hm? Geht ja noch keiner Aber trotzdem, das Lied hast du mir jetzt ins Ohr gesetzt Aber trotzdem, das Lied hast du mir jetzt ins Ohr gesetzt Mhm Das ist jetzt immer bei einer roten Karte Das ist nicht meine Tormusik, das ist meine Kartenmusik Ich muss mir dann noch ein Lied überlegen Tully Scheiße, stark Ja, und Patrizio Tully lässt mich das letzte Mal gewesen Yes Fuck Das war fuck So Und Das war's. Boah. Boah. Wer ist das, Alter? Roberto Carlos. Ah. Nein. Du machst aber das toll, ist das was? Wichser. Roberto Carlos. Mit dem Ausgleich. Den wollte ich jetzt nicht hoch. Oh, stark. Sag ich auch. Zu stark. Happy Birthday to Nathan Walker. Happy Birthday to Nathan Walker. Damals gehört. Willkommen, wenn du was ganz anderes hast du gesagt. Echt? Glaub ich. Aber ich habe jetzt nichts mit Hervin Paul Selzer. Und ich kann es sich nicht vorstellen. Oh. Rote Karte normalerweise, Alter. Rote Karte. Au revoir. Gott sei Dank. Ich würde sagen, es haben wir in FIFA. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du hast wahrscheinlich nicht mehr irgendetwas gekriegt. Jetzt vielleicht natürlich ungefähr. Stopp. Yes. Ball. Stimmt, weil richtig. Schreibst du dich in so einem Fall? Kein Assistgeber ein, oder? Ja. Nein, kein Assistgeber. Genau. Scheiße. Jumic! Ja, aber ein gutes Match. Schlag auf Schlag geht das hier. Stärken, was macht sie da wieder? Ja, ich habe das Glück, dass nicht ein Fünfter und auch ein Sechster dabei sei. Das wäre schon wieder zu viel Corona-Versammlung. Oh, das wird nicht einmal eine gelbe Karte, gell? Oh, das ist mir laudet. Ja, ich fragejt dieib Kad avete. Und nicht einmal eine betein, aber das nicht vorige wie Mountains haben wir Ihnen so gemacht. Oh, das ist י слышbar. Ich fragejt dieoine Observe. Alter, freu mich, BKSD-Richt. Alter, stark durchgesetzt. Stark. Bist du da was? Puh, who awesome. Chantler. Chantler. Oh, das ist gut. Oder? Checker. starkes comeback jetzt erst mal eine geführung einmal für die frankfurter sind immer dem tor hinterher gelaufen haben gleich nachgelegt und jetzt konnten sie einmal vorlegen ja sehr fiktiver die frankfurter das macht aber das wechsel jetzt etwas schwerer einen wechsel gibt es hier und nein weiter falsche richtung aber nein oder oder witsch doli dort zurück pack mal noch da die jobs möglich zurück oder beitschenschläge das nächste mal im training nein stark gemacht was ist los oder jetzt erst der top und jetzt ein punkt oder zumindest will ich zumindest die wackel absteigen ja das ist gut macht lorenko zu sein gemacht Ja, und der Ball rutscht natürlich wieder so, dass er zu dir zurückkommt. Ja, eh, klar. Hilfe, ja. Gibt's nicht. Frankfurt schafft, den Deckel nicht draufzumachen. Jetzt vielleicht. Nämste kommt er mal an. Yes, Raul! Scheiß-Wichser-Mannschaft zählt, die Güter. Ja, da sind eigentlich nicht draufzumachen. Ja, da sind halt nicht draufzumachen. Ja, da sind ja noch ein paar Worte. Ja, da sind ja da sind. Ja, da sind ja da. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's jetzt endgültig. Das war's. Das war's. Das muss so spielen, Leute. Das war's. 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 Nein, du. Das war zu weit. Das war zu weit. Zwei Mannschaften sind noch im Rennen für den Aufstiegs, die schon abgestiegen sind. Das war zu weit. Das war zu weit. Das war zu weit. Bis zum nächsten Mal. Oh, dass der Sacker weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.